JELO, unsere Reise Hallo und herzlich willkommen zu JELO! Heute machen wir nämlich mal eine kleine Weltrundreise an drei verschiedene Orte, die ziemlich weit von hier weg sind. Und auf jeden Fall werden wir euch dann am Ende des Videos noch ein kleines Geheimnis zu diesem Video sagen. Also seid schon mal gespannt und wir legen dann auch los. Das war jetzt? Ja. Los! So, wir sind jetzt unter Wasser und da wir da leider nicht richtig reden können, weil wir ja die Luft dann halten müssen. Hier ist es voll schön mit voll vielen Fischen. So schön bunt. Ich glaube, unsere Luft geht uns gleich aus. Ja, ganz schnell. So, wir sind jetzt live aus Ägypten hinter den, nee, vor den schönen Pyramiden. Yeah! Richtig groß, richtig schön. Ja. Und sehr sandig. Und es ist mega heiß, wirklich. Deswegen fragen wir jetzt auch T-Shirts und wir sind im Partnerloch. Ja, aber jetzt geht es zum dritten und damit auch leider schon letzten Punkt. Und zwar in eine Region der Urwälder, Jamaika. Ja, ihr werdet gleich mal sehen, wie das dann aussieht. Wir sind jetzt in Jamaika. Ja, hier ist es voll cool, oder? Cool. Das wird entspannen vor allem, oder? Ja. Es ist so cool hier einfach. Irgendwie. Ich bin total sicher, Koldi. Ich auch. Ich möchte wieder nach Hause. Ja, ich möchte einfach wieder nach Hause gehen. Achtung. So, endlich wieder zurück. Hört ihr das? Ja. Wir auch nicht. Ruhe. Hier ist es so schön. Jetzt kommen wir mal zu dem Geheimnis dieses Videos. Manche von euch haben es sich bestimmt schon gedacht, und zwar, dass wir an allen Orten unter Wasser, in der Büste, in den Oberwald, genau, unsere grüne Wand angesetzt haben. Wie die aussieht, zeigen wir euch jetzt mal hier. So, unsere grüne Wand, genau. Dazu kommen dann noch ein paar Scheinwerfer, die jetzt gerade nicht im Bild sind. So, vielleicht könnt ihr es sehen. Nein, sie sind nicht eingesteckt. Egal. Ja, auf jeden Fall haben wir das jetzt so gemacht. Und, ja, dann war es eigentlich auch schon wieder mit unserem Video heute. Also dann, tschüss. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und schon. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.